Hallo Iliot. Sag Vater, gibt es Schöneres als eine Wildrose? Wildrose? Du kennst das Kotwort. So sprich frei. Du bist hier unter Freunden. Wie konnte das so passieren? Und du hast keine Ahnung, wo Himmelfilia und die anderen beschleppt worden sein könnten? Mögen die Zwölf ihre Hände schützend über sie halten. Auch du schwebst in Gefahr, meine Tochter. Doch hier wacht Adaman Landama über dich. Ruhe dich aus und erhole dich von dem Schrecken, den du erleben musstest. Also wenn man schnell gehen muss, Toastscheiben, Soße nach Wahl, bei mir Burger Soße und Schießauce, Rösterfallkäse und Dorf in den Ofen und einfach schmecken, das ist mega geil. Ja, mache ich auch häufig, Herbert. Mache ich auch häufig. Vor allem während des Streams. Wenn Frischuss mal nicht da ist, ist das eins der ersten Sachen, die ich mache. Es sei denn, ich habe noch Fingerfoods oder Salat vorher vorbereitet. Aber meistens mache ich das tatsächlich auch richtig lecker. Mephilia kenne ich schon sehr lange, seit sie ein kleines Kind war. Als sie den Bund der Morgenröte gründete, schloss ich mich, ohne zu zögern, ihrer Organisation an und fuhr, sie nach besten Kräften zu unterstützen. Mephilias Freunde sind auch meine Freunde, also bitte bleib in unserer Kirche, solange du möchtest. Lass mich dir jemanden vorstellen. Marquez, könntest du einen Moment herkommen? Ja, Vater, natürlich. Das ist Marquez. Er hat bei der 7. Katastrophe sein Gedächtnis verloren und hier Zuflucht gefunden. Er ist nicht gerade rätselig, aber Herzensgut. Wenn du irgendwas brauchst, kannst du dich vertrauensvoll in ihnen wenden. Marquez, bitte kümmere dich um Eitaria, ja? Ja, Vater. So. Aber, das machen wir nicht jetzt. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das Bestiarium. Wenn dann noch Zeit bleibt. Weil vielleicht würde das dann endlich mal die erste Klasse, bei der wir das Bestiarium fertig kriegen. Und wenn dann noch Zeit bleibt, machen wir Klassenquist. Ich hätte gerne die ersten Klassenquist, äh, die ersten machen die für dich. So ein bisschen muss ich da ja auch schon mal für inarbeiten. Weil Bestiarium möchte ich auch fertig haben, eigentlich, bevor es nach, nachdem es geht. Heavensward. Andale Imp. Meister ist da noch drüben im Westlichen. So gern, wie ich auch schnell fliegen möchte. Aber das klappt sowieso nicht. Alter, aber wir haben jetzt drei Klassen, bald die vierte fertig. Und ich bin noch nicht mal mit Reborn durch. Ich könnte dir jetzt was zu sagen. Aber ich lasse es. Ich wiederhole mich dann nur. Ich werde so überlevelt sein. Ich bin noch nicht. 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 Oh. Okay. Westliches, westliches, westliches. Dann mach ich erst mal zentrales. Machen wir erst mal zentrales. Das Witzige ist, wir haben dann halt nur noch... Also, was heißt nur noch? Taumaturk. Faustkämpfer in Tanalan. Boah, auf den Taumaturk habe ich ja gar keine Lust, ne? Naja, der Grunde, warum ich ihn jetzt machen will. So. So. Hab bald alles. Jetzt muss ich warten. Leider. Ich brauche leider noch einen davon. So. 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 Kann sie nur um Stunden annähen. 365 Jahre später. Das Einzige ist, was spawnt, wenn die Dinger vom Fade. Muss ich ernsthaft jetzt später wiederkommen? Kommt schon. Da. Wunderbar. Dann einmal Westliches. Wenn ich sehe, wie viele Quests hier noch sind. Die darf ich alle dann mit dem Taumatogen machen. Oder mit... Hier, sag mal schnell. Wer sind die Viecher? Faustkämpfer. Äh... Hallöchen. Ein Wünschchen guten Abend hier. Hupf, geht dir gut? Ja, natürlich kommen sie alle. Ja, gut. Ich brauche ich leider nicht mehr. Du stirbst umsonst. Äh... Panzerschade, Panzerschade, Panzerschade. Wo war die Panzerschade nochmal? Oh, da. Äh... Blau. Das freut mich. Freut mich. Wir kümmern uns hier grad so ein bisschen ums Bastiarium. vom Paladin. Was sehr spannend gerade ist. Nicht... Vielleicht wäre das ja das erste, was ich mal fertig kriege. Die anderen habe ich ja nicht so weit bekommen. Die Droiden noch am weitesten. Ich habe mittlerweile das Gefühl, ich bin das Spieler, der im längsten Brauch, um den Reborn noch einmal durchzuspielen. Im ersten Mal ging es gefühlt irgendwie schneller. Gut, da habe ich aber auf jeden Fall gar gemacht. Muss man dazu sagen. Äh... Ne, einer... Ein Bräu noch. So. Ah... Oberes... Westliches Tanalan. Okay. Irgendwo dahinten. Der Wuss. Ah, okay. Das war ein weiterer Ritt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin jetzt. Dann. Haben wir noch was in Tanalan? südliches tanalan auch nur eine sache ich hoffe es war richtig für uns jetzt importen ich war so schön habe ich nachgeguckt doch müsste richtig sein da sind es ja schon ich bin viel lieben dank für den follow herzlich willkommen hier bei den samtpfoten ich hoffe du fühlst dich hier wohl okay einer fehlt die gehören 100 pro wieder zusammen und klar immer das freut mich das freut mich bitte auch ff 14 oder bist du ganz durch zuvor hierher gekommen so es ist wie groß hat der ganze marsch der welt es nimmt sich nichts ob ich da jetzt durchgehe oder das nicht machen warte ich habe mich falsch geportet hierhin ist mir noch aufgefallen ist mir noch aufgefallen es zieht sie einfach nur so elendig ich hätte gerne ein wirst bis jahre und das ding immer durch dann haben wir weniger arbeit am ende reicht ja schon dass wir dann halt das ganze glämmen so weiter fahren müssen weil ich meine ich jetzt auch aus dem kristall schon haben will als glämmen nicht alles aber manches halt ist das lahmarschig okay ich habe hier noch nicht mal schnelleres laufen alter felter ich bin eben dass wir essen macht keine dummheiten seid schon brav ich kann kein handy mitnehmen alles gut lass es dir schmecken außerdem gibt es in 20 minuten noch eh gegolfiert mit zio da haben wir gar keine zeit dummheiten zu machen auch wieder eins von vier okay was denn ich mache nie dummheiten ich bin ganzartig kennst du mich doch ich habe nie einen flug im kopf siehst du nicht den heiligen schein über meinem kopf okay tana land haben wir dann soweit fertig oberos lanusia oberos lanusia oberos lanusia mhm die sind auf deiner seite müsste ich wahrscheinlich einmal hier rüber ne ja ich kann ja wie gesagt auch nicht fliegen ich habe leider noch die arschkarte ähm etwas reparieren lassen ja fähre ja ich würde gerne mal auf die andere seite wenn ich darf wäre super lieb Monsieur ich werde jetzt ich bin der ich bin ich bin ich bin ich bin der ich bin ich bin die ich bin Okay, für den brauch ich auch Kobold-Diener. Für den muss ich dann wieder auf die andere Seite. Hallo, Luca. Und ich trinke sofort was. Ich bin sofort da. Ich trinke sofort. Okay, den da vorne brauch ich auch. Ja. Funken! Partig! Weißt du, das ist eine unnötige Geldausgabe. Oh, ich will nicht zurücklaufen. Kobold-Diener ist auf deiner Seite. Und es war irgendwo da hinten. Jawus. Kann ich level 46 fühlen. Da war ich glaube ich auch nur noch einen Diener, ne? Ah ne, von mehreren Dienern. Will ich da nicht, die Gesellschaft braucht die nur noch einen. Ja, Bruderschaft der Monge-Vepaar. Achso, das war Bruderschaft der Monge-Vepaar. Okay. Das war nur für das. Dann habe ich nichts gesagt. Südwald. Südwald, das ist Nordwald, das ist Südwald. Östliches und Äußeres, Lanosea. Äußeres, Lanosea. Ah, mal wieder zurück. Das Jarium geht fix. Wenn man alles freigeschaltet hat. Ist nur die Frage, wo sind die Pädosaurier? Seid ihr das? Ne, ihr seid die Velociraptor. Rinn. Laufbursche. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskomme. Pterosaurus. Ist wo? Das ist ein Pterosaurus. Ich vermute jetzt einfach mal, dass er irgendwo hier ist. Himmelsstiege. Okay, also tatsächlich irgendwo, wo ich bin. Wahrscheinlich nicht hier. Doch, hier. Ich bin ein Ptero. Oh, ich bin ein Ptero. Okay. Könnt' er doch einfach in mich laufen, aber... Nöööööö... das andere ist aber nicht für das normale ist mir das tatsächlich ist mir egal östliches sonnenküste ich habe karlow weiß ich tatsächlich mal wo sie sind ich merke mir so was ja selten aber das merke ich mir mal die habe ich jetzt so oft in letzter zeit getötet und wir kriegen tatsächlich noch die 46 wenn wir beim nächsten mal schon klärsen quest weitermachen den letzten rest des jahre gut dass sie noch mein vor wo hab und da ist die 46 ok südwald mühenbruch ich wächst auch gleich sofort ich glaube sie ist nämlich schon wieder ohne wo ist bin ich schon wieder so eine schule wo ist ich habe hier aber verklebt mein gott ich wollte eigentlich nur ich wollte eigentlich nur ins fg fenster dann habe ich auch verwehen auf irgendwas in obs geklickt ich habe das mal wenn das einmal im stream nicht passiert dann läuft irgendwas verkehrt hallo dämon fliegen ich habe hier eine von ich habe hier eine ich habe hier eine die 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 Da ist die Grabranke. Grabranke, Grabranke, Grabranke. Ich brauche eine Grabranke. Ich brauche davon vier. Okay. So. 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 goblin sträuch und cool clown sammler das müsste jetzt alles wieder dahinten sein natürlich spächer Wie liegt wo das Maus? Wie liegt wo das Maus? Wie ist ein Clown-Sammler? 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 Morgen kriegen wir dann wenigstens den Tank durch. Dann muss ich als nächstes nur noch. Den Maru-Dur irgendwann machen. Den werde ich wahrscheinlich aber nicht mehr während der Story fertig kriegen, also vor Kastrum. Ich glaube vor Kastrum wird das nichts. Den Taumatoren kriege ich wahrscheinlich vorher noch durch. Allerhöchstens glaube ich den Faustkämpfer. Es sei nicht da für viele Innis. Wir können nur Glück haben. Yay, wir haben den nächsten Rang. Dann haben wir nach Limsa. Nein. Oh Mist. Nach Limsa. 50.000. Mal gucken. Da hin. Bald werde ich immer einen Tag machen, wo ich dann mich nur um die Sammler kümmere. Neufe auftragen. Das war grad doof. Verstetigen. Wobei, ne. Wenn ich 18 Stunden mache, wann ist er dann fertig? Abschluss um 13,55. Doch passt. Abschluss um 13,55. Oh. Nein. Nein. So. Wunderbar. Dann noch kurz ein paar Sachen eintauschen. Ein paar Wertmarken holen. Dann können wir gleich wechseln. Dann können wir gleich wechseln. 10 Stück. 10 ist nichts. Aber egal. So. Dann. Geh ich einmal kurz hier rüber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.